Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu Hellspin Disco. Freunde, wir sind back wie englische Rücken und heute gibt es ein neues Rad, an dem ich auch mal endlich wieder selber bedrungen werde. Grüße gehen raus an Robert Andrich. Neue Woche, neues Glück. Ihr seht, was hier schön ist draufsteht. Ihr habt über 10.000 Likes da gelassen. Das ist tiefe Scheiße, weil das sorgt dafür, dass, ähm, ich glaube, Messi dreimal draufsteht. Neymar, Neymar. Sicher? Ja, die beste Karte dreimal. Bei mir steht Messi dreimal drauf. Bei uns steht Neymar dreimal drauf. Dann hast du falsch gesehen heute Morgen, wo du noch kein Käfchen im Kopf hattest. Dann machen wir noch keine Käfchen da, 18 Uhr. Bei uns in der Folge muss man runterkratzen, wir haben nur 7,7. Danke dafür. Ah, ja, ja. Ich hab, ah, die Senioren, ich habe mich vertrieben. Ich treite die kleine Agentur. Wollte da drüben ein bisschen, hä? Fitna, da muss ich Fitna machen. Fitna aus dem Herner Keller. Also, das ist ja jetzt wirklich das hässlichste Rad aller Zeiten. Aber ich bin auch ehrlich, hat's nicht schöner verdient. Ihr seht es hier. Also, Renato Sanchez, Neymar insgesamt dreimal, Ankara Messi. Wir haben 20 Packs des Karten. Freitag ist ein Dual-Stream. Freut euch drauf. Dieser Dual-Stream kommt nämlich nur zustande, weil Schalke nicht in der Relegation spielt und ich Zeit habe. Nice. Ja, es ist ja... Ihr seht, 135k Lightning Round bezahlen, 200k Lightning Round bezahlen, 20 Packs des Karten. Wenn ihr das Video seht, ihr hoppelt, checkt das Video bei den Teasys ab. Hellspin ist ein absolut beschissenes Drecksformat. Lasst auf keinen Fall ein Like da, sonst bin ich sauer. Ich muss sagen, der hat einen guten Lauf. Wir hatten einen guten Lauf. Ja, hoffentlich bleibt der so. Gehen wir rein. Karten, Tots, alles. Alle Regeln. Tots-Regelung. Abfahrt. Und, achso, wir haben natürlich die Kommentare gelesen, Icon ist Pilz-K.O. Für alle Ewigkeit. Ja. Ja, ne, haben wir auch gesagt. So, das stimmt ja schon. Gehen wir mit der rein, Simbo. Muss, ne, muss, muss die mitnehmen. Das ist eigentlich schon ein gutes Ding. Kannst du nichts sagen, kannst du nicht knurren. Wir kriegen den durch. Irgendwann, irgendwann, ein Tots, der nicht in der saudischen Liga spielt. Geil. Aber Hero ist super. Alles klar, guck mal. Du musst mehr Heroes kriegen. Muss man mitnehmen, ne? Ja, selten. Die Welt braucht mehr Heroes. Hätten sie... Boah, wie kann ich sagen, was ist das? Moment, 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 Moment. Moment, 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 Moment. Oder wir gehen hier mit Frank reißen. Ich bring's. Das geht auch, ne? Was machen wir? Deine Entscheidung. Ich geh Richtung Premier. Ja, gut, ne? Vielleicht eher mal noch ihn hier wegen Nation, ne? Bisschen. So, es sieht ja nicht so verkehrt aus bis jetzt, aber... Männer, was ist denn mal mit dem Totz? Ich sag auch, Totz den halt einfach ganz entscheidend, ne? Mhm. Ja. Boah. Was macht man hier jetzt? Boah. Ich lass mich hier aber nicht gucken. Da werden noch Totz kommen. Ich mach Timmy. Ich lass mich hier nicht... Da kommt ein Totz. Gib ihm. Mal gucken, wie ich ihn einbauen. Ich muss eine Franzose mitnehmen. Boah. Huiuiui. Ja, zwei Jahre noch. Links anfangen ist schwierig. So, weitermachen wir's mit rein, ne? Jo. Ey, sieht ja, Digga, das sind ganz, ganz, ganz viele Baustellen hier, ne? Ich denke, das ist ganz so, dass du von links anfängst, ne? Ja. Warum? Das mach ich immer. Alter. Das mach ich immer. Boah. Eieieiei. Boah. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut, ne? Das ist geil. Ein paar Baustellen sind noch... Ja, perfekt. So, warte. Wolltest du kurz überlegen. Den hier. Weiter machen. Oder den hier. Der geht auf 21 hoch, muss die nochmal andere zu einem anderen halten. Aber ich glaube, der... Boah. Boah, FUN! Einer aus der Liga und die sind alle durch, ne? Mhm. Aber... Da gehen halt auch die hoch. Ja, aber aktuell müssen wir priorisieren, ne? Muss hier priorisieren, ne? Muss hier priorisieren, ne? Kirsten Figger. Boah, Digga, ist das stark, ne? Ist das stark? Ist das wirklich stark? Wo klemmts jetzt? Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, ZM und... Und vielleicht sogar... Ja, eigentlich nur ZM, ne? Da muss einer hin. Oh! Liga, oder was? Drücker mitnehmen. Ja. Ich mach Premier... Ja, schwör. Ja, 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 ja. Kannst du... Ah, der ist vielleicht besser noch, oder? Ja, 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 ja. Der ist besser. äh... Das ist sehr stark. Jimbo, sehr sehr stark. Aber jetzt müssen wir echt gucken, dass wir noch in der Mitte... Ja... Ja, wir könnten ihn trotzdem als Backup mitnehmen, ne, klar. Scheißt halt rein. Die V bringt uns aber nix. Uff, ich sag mal, ich geh mal nochmal um Viereck, ne, bei, bei... Ja, okay, klar, da musst du eigentlich den Ding mitnehmen. Ich muss den auf Notfall, Notnachel. Mach doch ne Diesel, mach der. Ne Diesel. Stell den mal rein, oder? Welchen? Den, wo du eben mitgenommen hast, Marino? Ja, ich mach das Beste erst. So, ja. Ja, dann geht halt die Premier League komplett baden, ne. Das ist es halt. Wir brauchen ZM. Muss ich Rating nehmen, hilft alles nichts. Oh, Digga, meine Nase, Alter. Die haben uns gefirkt, ehrlich, kein... Portugal immerhin noch. Oh, oh! Ey, Männer, schalt's mal in den Chat, wenn grad aus, du geistkranke Allergier. Oh! Fies prägt uns ja auch nix, ne? Ne. M-m. Alter, Vater. Oh, das kann ganz, ganz hässlich werden. Ich glaub, ich bin am Arsch. Das wird bis kein... Boah! 10 Uhr. Warum geben die uns das, ne? Ja, das ist vorbei, ne? Ich glaub, ich bin gefirkt. Das ist bei uns. Wir sind auch. Wir sitzen mit drin. Wir sitzen im Ruderboot. Ich nehm den mit. Ja. Kann ich ja keinen Vorwurf machen, ne? Es kam ja nix, ne? Was hätt ich machen sollen? Ja. Ja, kann den mal noch mitnehmen. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was umbatschen. Aber... Das ist doch... Ach, das ist doch zum Kacken. Ich kann halt höchstens voll Premier League versuchen, dass ich die rausbekomme. Aber ich hab ja den auch noch. Ich kann halt noch versuchen, den hier mitzunehmen. Aber dann hast du halt das Boot. Jetzt kannst du den aber wieder reinsetzen. Dann haben wir den nächsten eh doch. Probieren wir den Unai Simo. Ne, da rutscht wieder. Was rutscht dann. Ja, das ist dir jetzt nicht gehupst. Jetzt sind wir auf den neuen Swansch. Aber... Der könnte wichtig sein. Es gibt einen extra Punkt. Ich weiß, es ist doch... Simo, das ist alles Mist, ne? Boah, das klopft mir, dass es langt. Das ist ja Engländer weg. Das ist alles Mist. Die Mitte. Die Mitte kackt uns so rein. Klar, wenn du den sogar noch bringst, dann gehen wir komplett baden. Dann gehen die alle rutschen. Ja, weil das Premier League einer fehlt. Ja, ja. Gibt es da noch irgendwo einer rein von der Premier League? Ja, nur wieder den hier aber. Dann ist halt... Dann bist du auf... Witter auf dem Ding. Kannst du mal hier... Torhüter, Rams... Jetzt könntest du halt noch. Aber dann geht die Premier League wieder baden. Ich muss auf den Premier League Manager gambeln. Machen wir den rein. Ich gamble auf den Premier League Manager. Könntest du jetzt auf den Premier League Manager... Machen wir David Ghazir rein. Was ist das? David Ghazir? Muss ich. In der Aunex. Und was haben wir jetzt noch am Start? In der Aunex. Da sind die alle komplett weg. Dann musst du eigentlich wieder hier rein. Höher geht es nicht. Ja, aber guck mal Manager. Was wir da irgendwie dreigseln können. Da ein Premier League Manager. In Spanien bringt uns neigseln. Mach ich mir drauf sicher. Das ist glaube ich besser, oder? So. Ja, da fängt ein LaLiga Manager. Die Premier League ist hier bald durch? Mhm. Ja, doch die ist durch. Nee. KDP nicht. Ah, ja. Sehe ich es gerade. Was mit dem Gundu sind damit? Geht da nichts? Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht wie ich den hochbringen soll. Ja, sicher. Ich wüsste nicht was ich da machen soll. Kann den hier noch da hoch machen. Besser wird es nicht. Sag ich dir ehrlich. Also ich brauche wirklich den Premier League Manager in E-Sports. Sonst bin ich richtig sauer. Nee, aber anders geht es hier bei uns auch nicht. Ja, aber was ist jetzt Liga-technisch ist nicht sinnvoller. Ja, so. Auf den Manager hoffen. Boah. Ich glaube bei mir wird gedreht. Oder ist es in Spanien noch reinmachen? Premier League England. Gibt nochmal Minus. Weil dann halt mit dem Spanien, ne? Und dann Premier League Manager. Drei Punkte. Masha-la. Oh mein Gott, hast du mich grad zurückgeholt. Alter. Ja, ich mach's jetzt geht's. Oha. Drei Chemie-Punkte durch den Manager. Krank. Aber ich glaube es wird nicht reichen hier. Ich hab euer Rating gehört. Jensöhne. 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 Der Premier League Manager hätte uns halt viel gebracht, ne? Andersherum. Egal, wir holen ihn rein. Ach komm. Wir holen ihn rein. Der kann ans Rad. ZM hat uns halt komplett gebrochen. Ja, gut Broski. Wir haben 121, kurz und knackig. Aber noch keine extra Punkte drin. Hab ich auch, 121. Okay. Dann leben wir, dann leben wir. Weil wir haben eins, zwei, drei extra Punkte. 1 auf drei. Ja. Ja. Ich hab zwei. Ja! Es hat gereicht. Die 92. Ober war's nochmal. Richtig. Pfff. Ey, aber das war echt, also, die haben uns auch so gehopst, ne? Wir müssen das Rad und hoff hier holen. Unsere 360 Rad-Kamera will ihr ja nicht, aber das macht gar nichts. Ähhhhh, ich hab wieder nur... Ich hab wieder nur... Stell's mir so stark. Ich hab 4-3-3 gehabt, ne? Ich krieg... ZDM, MS, RM, L, M... 6 Chemiesystem fang ich so ab. Ooooooh! Es wird ein geiler Dual-Stream! Wir haben... Alter, aber wie knapp! Wie knapp! Ich muss es kurz drehen, also es hängt auf jeden Fall hier drauf, ne? Ich fass hier rüber. Proski! Ich hab nichts gehört! Proski, mein lieber Freund! Ähm... Du bist ja unseren Diener sowieso schon, und du darfst uns auch noch die 200k Lightning Road bezahlen! Juhuuu! Es wird ein geiler Dual-Stream! Juhuuu! Ey, es ist so knapp an nem Neymar vorbei! Ja, der hinkt wirklich so! Aber gut! Aber gut! Also es ist ja jetzt wirklich mittlerweile die komplette Demütigung. Also bei euch im Dual-Stream darf ich euch das Arschloch auslecken. Werde gepickt und bezahl auch noch selber dafür, oder was? Ja, quasi! Und so sieht's aus! Jetzt nehmen wir was und das jetzt! Mach die Schraube wieder locker! Ja, ich bin froh, dass ich meine Münzen wenigstens behalten darf! Meine Menschenwürde und Ehre ist sowieso weg! Lasst ein Like da! Wir sehen uns beim Teases auf dem Kanal! Und beim Dual-Stream! Wichtig, 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 wichtig! Ciao, ciao! Inhalt! Inhalt in raise playing... Ehhhhh! Inhalt-A��ях?! Inhalt! Ehhhhh! Inat! Becker!